wir haben heute besuch aus hameln kamasutra sind in the house also seid gespannt und bleibt dran einen wunderschönen tag und herzlich willkommen auf unserem kanal den rockstar buddies wir sind mal wieder am start und haben besuch von kamasutra 6 hinein doch bevor es losgeht natürlich die erinnerung an alle den kanal zu abonnieren und uns ein auf die glocke zu hauen damit auch keiner die videos mehr verpasst die wir hier schön machen okay in diesem sinne hi erst mal hi schön guten abend und ja ich gehe immer ganz gerne so ein bisschen am anfang auf die history der ganzen sache ein woher kennen wir uns wie haben wir uns kennengelernt gott jochen wann haben wir uns kennengelernt ich glaube im kindergarten auch damals naja ich meine im kindergarten wo wir über das arbeiten ich hab dir mal den job vermittelt oder aber da kann man uns schon gott ich bin immer so schlecht hilf mir jetzt genau die cd von von eurer damaligen band goons nach oben und da haben wir uns kennengelernt und olli habe ich später kennengelernt weil er in der sumpflume ja wahrscheinlich sumpflume irgendwann vor der tränen vor der theke ne ja und da hast du ja auch nach der arbeit und hinter der theke war so beides es ist öfter mal passiert beides genau richtig und dann gab es ja eure band blue noise das war ja der vorgänger von kamasutra 6 hinein ja das stimmt blue noise war im grunde die band wo ich dann mit eingestiegen bin davor hattet ihr noch einen anderen sänger und dort war auch nicht phil dabei als bassist sondern es war noch manfred und focke unser gitarrist unser zweiter war auch noch mit dabei und ja da habe ich mich reingelabert nach einem wilden casting wurde die band hart von mir bearbeitet dass ich dann da mit teilnehmen durfte nachdem der sänger ausgeschieden war und ja dann hatten wir eine ganz gute zeit das muss so 2000 gewesen sein tatsächlich da gab es für mich schon das erste highlight nämlich dass ich bei euch mal aushelfen durfte und weil marie auf klassenfahrt gefahren ist und er dann aber pünktlich also wir haben ja zweimal geprobt und dann kam marie aber pünktlich zum konzert und habt ihr gesagt irgendwie nee das geht so nicht jochen muss den gig trotzdem spielen und da hat marie total cool reagiert jeder andere hätte rumgezickt er hat gesagt cool kann ich endlich mal meine eigene band live sehen das fand ich witzig ja du hast ja glaube ich zwei oder dreimal sogar auch bei uns ausgeholfen hinter der schießbude nur einmal nur einmal dann habe ich noch mal bei diesem zehnjährigen oder was das war dieses wie hieß das noch im hefehof 10 10 jähriges ja 10 ja da habe ich dann aber das war ja nicht mehr blue noise ne stimmt das war dann schon die namens umbenennung kammer sutra ja zum zehnjährigen ja da haben wir aber habe ich auch nur ein song gespielt ja okay genau nee aber marie ist auch gut drauf was das angeht wenn er seine termine verbockt dann muss er da auch durch und so ist das bei uns immer genau und dann gab es auch das highlight in duisburg da muss ich jetzt wieder reden ja das war eine ziemlich lustige fahrt wir hatten so einen ollen bulli und manfred ist gefahren das war aber auch noch blue noise also damals oder war da war manfred dabei und wir sollten ein gig spielen vor angel das so und angel dass die jungs waren sagen wir mal ein wenig gut drauf und wollte ein bisschen früher bisschen früher spielen und nicht mehr so spät und haben uns dann sozusagen an die zweite position gesetzt die allerdings von eins bis zwei war oder so keine ahnung es ist irgendwie es war einfach nur sauspät auf der hinfahrt haben wir auch zumindest schon ein bisschen vorgeglüht sagen wir es mal so ganz brav waren aber trotzdem glaube ich ganz gut bei dem gig ja als dann noch menschen ich kann mich echt kaum noch erinnern ich weiß noch dieser verrückte sänger der dann da hinten rumliegt noch so waren noch menschen da ich glaube es war noch ein paar menschen da auf jeden fall war gerd am ende auch da als wir dann nach unserer gage fragten hat er sie nicht dabei gehabt eventuell kriegen wir die 200 mark irgendwann noch mal von gerd für diesen gig doch dann kam es ja zu kamasutra sexenal weshalb der namenswechsel da bist du für verantwortlich ja es war die zeit wo dann das internet plötzlich ein bisschen losging und wir uns eine homepage gemacht haben und so und irgendwann kam dann mal so eine e mail von dem blue noise ton studios die dann sagten hier ja heißt ja so wie vier denkt doch mal drüber nach ob ihr euch nicht neuen namen aussuchen möchtet ach so okay und dann kam der jugendliche leichtsinn und dann kam es zu diesem bandnamen ja ich kann mich noch erinnern also wir saßen auf den werder und haben haben auch ein paar gelbe kaltgetränke zu uns genommen und oli meinte wieso nehmen wir nicht einfach einen namen der so richtig im kopf bleibt ich habe mir da was ausgedacht was haltet ihr von kamasutra 69 und alle erst mal so bist du bescheuert so ein sexistischen namen wie bekloppt ist das denn und danach meint er so und jetzt überlegt euch mal so ein plakat wo irgendwelche namen draufstehen was weiß ich was weiß ich frozen dust und bra 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 und am ende steht kamasutra 69 welchen namen merkst du dir dann so ja stimmt eigentlich also kamasutra 69 bleibt irgendwie im kopf weil das also gerade ich sage mal heute ist das ja schon wieder was ganz anderes aber damals war es dann schon ein bisschen außergewöhnlicher ja und so haben wir dann gesagt na gut alles klar dann machen wir halt wir sind zwar nicht sexistisch aber wir nehmen halt einfach so einen namen okay und dann habt ihr wann war das genau wisst ihr das noch das muss relativ zeitnah nach nachdem alex in der band war gewesen sein anfang der 2000 2001 2002 vielleicht ja würde ich sagen weil also focke war ja noch dabei und bei kamasutra dann nicht mehr da war phil schon dabei mit manfred habe ich auch noch ein bisschen zusammengespielt also will denn noch bei blue noise gespielt oder nee ich meine nicht nähe als manfred und focke aufgehört haben kamen dann auch vielleicht kurz danach oder kurz davor kam diese e mail von blue noise dem ton studio ton studio label irgendwie sowas war es nicht egal also du weißt es besser wie gesagt die band gibt dann jetzt wie lange letztendlich lange ja also in der besetzung in der besetzung mit noch einem zweiten guitaristen dazu eigentlich seit 2000 also 2000 ist glaube ich phil als letztes dazugekommen basti war noch ein bisschen dabei ist dann weg mit im ursprung mit marius dem schlachtzeuger mache ich seit 97 zusammen mucke und dann hat sich das personal karussell noch mal ein bisschen gedreht aber eigentlich sozusagen in der besetzung jetzt also kannst du ja fast sagen schon seit 23 jahr jetzt ja genau also vocke zweiter gitarrist der ist dann irgendwann nach australien ausgewandert und dann haben wir zu viert weitergemacht ja das ist eigentlich schon eine leistung also so finde ich ja und ich meine ich bin 99 dazu gekommen halt nach dem abi wo meine ganzen jungs von goon von der schüler rockband alle ausgewandert sind zum studieren da habe ich dann ja irgendwie euch gefunden wo habt ihr denn das eigentlich noch mal ausgeschrieben dies casting weißt du das noch ich glaube auch in der sumpflume das hat sich alles drehe und angelpunkt war die sumpflume damals stimmt ja da war man ja jeden abend also hier am wochenende naja eine zeit lang auch so jeden abend ja das stimmt also also zu den wg zeiten irgendwie da an der deister straße da bin ich ja jeden abend entweder wie gesagt gearbeitet oder eben da auch gewesen so ne ja und so nicht wie wie jetzt dass man mal so alle zwei monate mal irgendwo bier trinken geht ja der goon proberaum und dann war es ja auch filz proberaum mit seiner band wo ich den namen gerade nicht weiß weißt du den noch kamer kamer genau also mit kamer das war ja im münster kirchhof hinten der gebeinde keller wo jetzt der escape room drin ist ja product placement und da waren wir natürlich dann ständig im sumpf das war ja immer sozusagen jugendzentrum unserer jugend und dann wird sich das philipp dann damit dazu kam also da fand sich alles wieder zusammen was ist das geheimrezept so lange zeit musik zusammen zu machen und sich nicht irgendwie entweder zu streiten wie es viele tun oder irgendwie dass man sagt ja man hat keine ideen mehr oder langweilig oder was auch immer es gibt ja immer so solche phasen bei so bands ja ist halt wie in einer beziehung nur dass du dann eine beziehung mit drei anderen kerlen hast ist noch ein bisschen anstrengender als normale beziehung man braucht eine ebene die man miteinander findet also wir haben wir wollen alle das gleiche wir haben spaß miteinander ist halt familie geworden im laufe der jahre und da gibt es auch mal gibt es auch mal auseinandersetzungen meinungsverschiedenheiten aber da muss man eine ebene finden wo man wie man das miteinander kann und ich glaube das haben ja das kriegen wir sehr gut hin also ich glaube bei uns ist einfach der fall dass wir sehr kompromissbereit sind fast alle außer olli der rest schon also relativ gechillt und wir so dann immer die basis finden dass wir am ende eine lösung finden oder sagen ja was olli sagt machen wir dann wird es wenigstens gut es wird ja auch gut er hat ja auch immer gute ideen nein ist wirklich so also man muss sich aufeinander einlassen wir haben vier unterschiedliche charaktere sogar teilweise mit vier unterschiedlichen musikgeschmeckern also es war ja alles dabei ich meine marie war früher voll auf elektro philipp hört alternative rock olli dann mehr den klassischen rock oder country keine ahnung und ich alles mögliche wir kamen aus unterschiedlichen richtungen das verflechten war dann ja auch am ende in der musik und ja so ein song dauert bei uns auch immer relativ lange weil wir viel diskutieren und viel drüber sprechen und das intensiv ausarbeiten und ich glaube am ende kommt halt ein produkt raus was spaß macht und man merkt dass sich diese arbeit im proberaum die teilweise wirklich die nerven blank liegen lässt so ne also streiten tun wir uns nicht aber am ende sagt jeder ich gehe jetzt nach hause ich habe keinen bock mehr das ist mir zu anstrengend aber am ende ist das produkt halt irgendwie cool also es ist schon arbeit also es ist nicht keinen session musik so genau das wollte ich gerade fragen wie entsteht so ein song also wie stelle ich mir das vor kommt irgendjemandem riff oder hat hast du vielleicht ersten text oder ideen oder wie also im endeffekt entsteht so ein song tatsächlich zusammen zu viert meistens fängt es mit einem gitarren riff irgendeiner grundidee an kann aber auch mal eine basslinie oder ein beat sein oder und dann wird rumprobiert dann guckt man fängt man an spielt im kreis guckt dann wo kann es sich hin entwickeln verwirft es wieder nimmt eine andere abzweigung und so weiter aber es ist nicht so wie bei anderen bands dass zum beispiel einer oder zwei schreiben das vorbereiten mit einem halbwegs fertigen produkt in proberaum kommen der rest seinen scheiß dazu spielt also es wirklich ein direkter austausch zu fiat okay und da stelle ich mir das vor also sitzt dann auch zu hause und und machst die riffs oder machst du das im proberaum oder wie läuft das bei dir also wenn du so ideen hast oder wie kommen dir überhaupt ideen also sowohl als auch also gitarre auf den bauch legen finger drauf tun und irgendwas kommt halt warum okay und bei texten wie ist das da auch gemeinsam oder machst du das komplett alleine das ist so ein ganz spezielles thema die texte weil ich texte sehr spät schreibe also ich habe teilweise songs wo ich fünf jahre keine texte habe die wir live spielen da gibt es im grunde bildet sich beim song schreiben also ollie kommt wirklich mit riff darüber spielt marie in beat darüber spielt philipp eine basslinie ich singe freies denglisch also im prinzip klingt es nach englisch aber es ist kein englisch ich singe frei was drüber dann kommt eine kommt eine refrain linie da fallen mir ein paar worte ein und am ende baue ich mir aus den worten und aus den silben die ich habe einen text und meistens dann im studio also nach 20 jahren richtig fertig weil man dann doch merkte oh ja da hast du ja ganz schön viel blödsinn gesungen bis jetzt hat es echt noch keiner gemerkt bei konzerten so wirklich eine außer steuer der da mal was mit singen wollte und dann habe ich wieder was anderes gesungen aber der text kommt wirklich als allerletztes und bildet sich aus ja im prinzip ist kreatives schreiben kannst du sagen weil ich ja im zufallsprodukt weil ich beim singen worte bildet die ich dann schon ein lassen probiere in einen sinnvollen zusammenhang zu bringen zumindest im refrain damit er dann irgendwann mal fest ist free horses run aber es ist kommt ad hoc genauso wie der wie der rest dann immer mal ad hoc kommt so ein gitarrenwechsel so ein neues riff also ist jetzt nicht so dass du meinetwegen sagst irgendwie das und das nervt mich total und da muss ich jetzt mal text zu schreiben oder so als beispiel super witzig ist wirklich dass die texte sich ganz oft mit sachen beschäftigen die mich beschäftigen okay also es kommt am ende das merke ich dann nach fünf jahren etwas bei raus was vielleicht sogar zu dem zeitpunkt passt also es ist das kommt wahrscheinlich aus mir raus also das ist macht es echt also es macht es interessant wenn du dann die texte dir durchliest die du so im kopf hast und die dann zu einem richtigen text formst dass das dann irgendwie passt also ja also escape zum beispiel der song den die meisten leute kennen mit three horses run der geht halt wirklich darüber dass ein die 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 welt an nervt dass ein die news an nerven dass alles schrecklich ist und dass man eigentlich nur in so eine parallel welt flüchten möchte und ja das war ja die letzten jahre wirklich so so viel passiert und dazu passt es halt ist natürlich auch ein sehr allgemeines thema es würde zu jedem jahr passen aber gibt noch ein paar speziellere sachen und mal abgesehen von muffin den ich ja wirklich für meinen hund geschrieben habe der gestorben ist so gibt es wenig texte die ich dann so gesagt habe das ist das thema darüber schreibe ich jetzt ein text sondern das thema ergab sich aus dem was ich kreativ und frei gesungen haben ja das wievielte album ist es was jetzt rauskommt album das erste okay es waren vorher vier tracks oder kann man kann man ja okay vielleicht dass das anderthalbste okay wir haben schon mal haben schon mal zehn track proberaum demo aufgenommen ja wir waren damals mal bei hagen eurem damaligen bassisten haben drei songs mal aufgenommen das ist ja auch ein album nähe drei songs waren es nur und wir haben mal aufgenommen sechs songs bei der idno fisch gitter ist super starfuckers laus oppermann genau laus oppermann genau in hannover in jangland da haben wir mal sechs songs aufgenommen na gut aber das kann man ja auch schon fast als album so titel ja als mini ep aber das ist jetzt das erste richtige album vielleicht ja das ist doch cool und das wird das auch physisch erscheinen oder ausschließlich als haben uns gegen entschieden also wir hatten die ganze zeit immer noch im hinterkopf dass wir eine cd pressen lassen ja und irgendwann saßen wir im proberaum und dann ging die frage um hast du eigentlich noch ein cd player hast du hast uns aufgefallen keiner hat mehr ein cd player von uns das heißt du wirst es überall wo du es bei den üblichen verdächtigen streamen kannst wirst du streamen können aber es wird kein produkt mehr für in die hand geben okay wir haben tausend leute gefragt habt ihr noch ein cd player und mittlerweile sind es wirklich wenige wir haben auch kurz überlegt ob man es mal als platte machen könnte das finde ich gerade hat charme hat charme auf jeden fall ist natürlich erst mal eine investition da müssen teuer erst mal digital also klar dass da geht es dann natürlich auch nicht ums geld verdienen am ende aber cd man würde einfach zu viel müll produzieren also wenn man 500 cds darunter braucht man sie nicht pressen lassen man verkauft 100 dann ist der rest über und das macht überhaupt keinen sinn also wenn man 100 verkauft wahrscheinlich nicht tausend ja also wir haben das auch aktuell und diese ganzen kisten in den proberaubeln das ist tatsächlich auch so ich darf es ja eigentlich fast gar nicht laut sagen aber hat einer bock den merch aufzubauen nö okay lass uns im auto weil irgendwie oder man hat einfach heutzutage ist es ja so also früher war das irgendwie so du hast spielst auf einem konzert also auf einem festival meinetwegen oder so dann fährst du dahin bis um fünf schon da und verlässt die verlässt dann den saal um zwölf und guckst dir noch alle anderen bands an und hängst noch mit den leuten im backstage ab heutzutage ist das halt so wir kommen anspielen gucken noch maximal eine halbe band trinken noch ihre ein bier und dann fahren wir wieder weil wir irgendwie familie kind gegel jeder hat irgendwie was ich muss noch irgendwie flyer verteilen und solche sachen so hat jeder hast du gar nicht mehr die zeit dich da noch hinzusetzen und dein merch zu verkaufen letztendlich ja guten merch machen wir jetzt für unser kommendes konzert wo wir bestimmt noch drüber reden eine zeit lang hat man kein merch da braucht man nichts zu verkaufen und als wir ihn verkauft haben ja doch da waren wir da bei den gigs also wenn so ein gig abend ist dann nehmen wir uns auch schon die zeit dass wir nicht weg müssen es kommt selten vor sagen das mal so also ab und zu muss mal einer weg aber ansonsten ist es halt so ein band abend also wir treffen uns ja sonst selten privat alle zusammen aber wenn band ist dann ist halt auch band also ob wir jetzt im proberaum sitzen und bier trinken oder proben 50 50 70 30 naja egal also und gig das sind dann die abende für uns wo wir uns sehen und treffen ja als ich das jetzt bei facebook gesehen habe ja da kommt jetzt was eine release party und so da habe ich so gedacht klammheimlich haben sie das vorbereitet wie lange lief die vorbereitung für die cd wann habt ihr das tatsächlich dann aufgenommen wie habt das und wo habt ihr es aufgenommen also wir haben es schon länger auf tasche hintergrund des ganzen war die pandemie wir wollten schon längst released haben haben aber gesagt wir sind es nicht wenn wir kein vernünftiges konzert machen können zu bedingungen und mit den leuten mit dem was machen wollen und wir haben es nicht eilig gehabt weil kommt jetzt auch nicht mehr darauf an ja das heißt wir haben es aufgenommen vor zweieinhalb fertig aufgenommen gehabt vor zweieinhalb jahren aufgenommen im regenbogen mit dem doktor sehr gut gewesen wollte ich gerade sagen dass er spricht auf jeden fall nach einem guten sound und wir haben es mastern lassen in köln bei alex klos den kennt man ich kenne den nicht aber der hat jetzt auch die unzucht gemacht der hat die sonic skies gemacht der hat also die üblichen verdächtigen na gut das liegt ja auch nah man hat ja die man so kennt man hört sich also um wer macht es genau sind wir auch sehr zufrieden mit hätten wir auch gar nicht gedacht dass da noch mal so so ein schmackes oben drauf kommt ja ist schön ja und dann wie gesagt also wir haben es eigentlich seit zwei zweieinhalb jahren haben wir es eigentlich schon liegen ja haben in der pandemie aber auch wirklich nichts gemacht haben uns auch nicht wirklich zum proben getroffen haben zoom kreuz an den probe abenden gemacht um einfach den kontakt zu halten und und sich ja genau richtig so haben wir es nämlich auch gemacht ja und was man ja sagen muss also die aufnahme haben wir in zwei wochen irgendwie also wir haben nicht zwei wochen im studio gestanden sondern innerhalb von zwei wochen hat jeder seinen part gespielt und dann hat es ja mindestens gedauert oder anderthalb wo der doktor ich weiß nicht wie viele stunden in diese cd gepackt hat weil er sie total geil fand der hat so viel arbeit da reingesteckt also da kann man auch wirklich echt noch mal sagen lieber dr dr brenz ja jens der mega hammer wirklich der hat so viel zeit liebe da reingesteckt und ohne das wäre die jetzt auch nicht so fett geworden das muss man echt sagen also weil es ist der regenbogen natürlich es ist kein riesiges professionelles studio es lag einfach an diesem enthousiasmus den er da reingesteckt hat das war echt krass ja da hat ja auch irgendwie echt damals hat er mal von uns noch eine cd nachbearbeitet jahre später und weil er diese sachen wiedergefunden hat und das war dann auch noch mal viel geiler weil er dann wieder noch mal quasi sich auch selbst weiterentwickelt hat das heißt dass es auch von jahr zu jahr wird ja immer cooler als mischer finde ich auch als live mischer das gemerkt man richtig ja genau und dann habt ihr wahrscheinlich so cover und solche sachen wer hat das gemacht cover band fotos und so weiter ja da bin ich verantwortlich okay ein bisschen macht das ja auch beruflich nee hast du nicht irgendwie so da nee gar nicht ach so okay dann hatte ich irgendwie gedacht arbeite für eine große deutsche bundesbehörde okay es gibt einen grund warum olli das macht also erstens er kann es das ist schon mal ganz wichtig zweitens wenn es jemand anders macht gefällt es olli nicht von daher muss es olli machen also haben wir immer gesagt olli mach es einfach selbst aber er macht es auch sehr gut wirklich also es sieht immer richtig cool aus das band foto haben wir tatsächlich das neueste haben wir gesagt wir treffen uns donnerstag bringen wir eine kamera mit selbst auslöser zack und dann war es drei shots im kasten davor hatten wir natürlich mal bei auch aus als ob es irgendjemand gemacht hätte davor ja also deine kamera mit fernauslöser und wir haben davor haben wir mit spike mal fotos gemacht was auch wirklich cool war der wird auch wird auch das nächste konzert fotografieren mit dem haben wir halt auch immer super erfahrung danke spike und ja so deswegen macht olli immer das ganze merch weil es einfach am besten für alle ist wenn er es tut ja wunderbar gutes stichwort hast du gerade geliefert das nächste konzert das ist ja das release konzert erzähl doch mal oder erzählt doch mal ein bisschen was was erwartet das publikum letztendlich was kann das publikum erwarten also erst mal müssen wir ja erklären warum wir in bad pyrmont sind wir haben in hameln überlegt welche location können wir nehmen und die sumpflume war uns einfach ein bisschen zu groß wir wollten möchten halt auch dass es angenehm voll ist das k3 spielen wir natürlich auch einmal im jahr aber das wäre wieder zu klein und wir haben eine geeignete location in hameln gesucht und haben sie nicht so gefunden wir haben mal kurz beim 43 da hätte es aber mit der bühne nicht so ganz gepasst und haben mit björn bruns in bad pyrmont einen verbündeten der uns a immer sehr viele gute tipps gibt und b bei dem wir uns einfach rundherum wohl fühlen haben gesagt naja kommen schlossweinstube 2.0 ist halt in pyrmont aber da werden die leute hoffentlich dann auch hinkommen der laden ist kultig es gibt günstige getränke und warst du da schon mal drin seitdem der auf hat ja wir haben da schon zweimal dreimal zweimal 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 gespielt ich habe da früher mal gespielt als es noch dieses kellerloch da gab also den ja aber es ist oben es oben es hat eine bühne die nicht riesig ist aber ausreichend und es passen keine ahnung 100 120 leute rein würde ich sagen gut also ist ein schöner raum es sind nette leute und björn ist einfach der perfekte gastgeber für bands das muss man echt sagen also der macht ja auch das rock im schloss hat es gemacht keine ahnung ob es noch wieder gibt aber der typ ist einfach gold wert wenn du da hinkommst fühlst du dich so gut aufgehoben als ich finde ja auch als veranstalter von dieser kneipennacht immer sehr cool ja das ist alles da der kümmert sich und auch danke björn rundherum klasse grüße ich hoffe wir machen bald mal ein interview das ist nämlich auch in planung ja also rundherum ein ganz toller mensch und dann haben wir gesagt ja komm warum denn nicht es ist der mensch mit dem wir uns am besten fühlen es ist ein laden der genau die richtige größe hat und wir werden ja wir werden die bude halt rocken ja ich gebe noch mal weiter an olli damit er auch mal was sagt dazu ja kann ich mich nur anschließen also wir hatten das vergnügen einmal bei rock im schloss spielen zu dürfen zwar mal jetzt in den schlossweinstuben und das ganze team ist super herzlich es klappt alles wunderbar irgendwie ist es eine super kommunikationsebene von daher super liebe menschen haben wir gesagt das machen war an dem abend begleiten werden uns die jungs von psychodelic bullet mit denen wir auch schon mal zusammen gespielt haben die wir auch alle sehr mögen und wo es glaube ich musikalisch auch ziemlich gut miteinander passt ich glaube das ist ein schönes doppelpack was man da an dem abend kriegt und ja wir werden ordentlich zusammen feiern ja das kann ich mir vorstellen genau was mir so auffällt ist so das gleiche thematisch mit mirko wie man von talking wire hier kommt nicht so richtig aus aus hameln heraus also oder nur so bedingt in hier mal und da mal gibt es da ein grund für ist es gewollt oder ja wie ist das ja wir machen das jetzt schon so lange und wir machen feiern musik da muss man sich mal nichts vormachen wir machen gute feiern musik also denke ich schon aber es ist nur noch es ist ein hobby und wir treffen uns entweder zum musikmachen oder zum reden manchmal zu beidem vielleicht kommt jetzt wieder ein bisschen mehr antrieb dadurch dass es auch eine platte gibt und so aber man muss sich halt kümmern alle haben familie ja alle haben jobs du kennst das selber ja wenn sich keiner kümmert dann wird zeit nichts ja weil ich habe ich weiß gar nicht wann das war kann auch für vor ein paar jahren mal war ich bei eurem konzert im regenbogen da war auch irgendwie niemand was sollte ein festival und daher war ihr glaube ich haupteckt und davor waren aber auch vier oder fünf andere bands noch ich weiß ja auch den rahmen nicht mehr ich weiß jetzt war ich mit meinem damaligen bassisten und der arbeitet ja auch für so eine promoagentur und der hat gesagt also wir haben uns über unterhalten und haben gesagt ja irgendwie müssten wir zu dem was wir jetzt so machen er hätte bock auf andere mucke und so und hätte bock auf einen geilen sänger und guten gitarristen und so war er ist ja bassist ich schlagzeuger dann machen wir mal richtig geilen rock und dann kamen wir rein und dann nach einem song sagt er genau sowas will ich machen er meinte er klingt ja ein bisschen wie zack wild mit dem und der sänger klingt ja ein bisschen wie der sänger von euter bridge also genau da sowas machen wollen wir machen ja wunderbar deswegen irgendwie ist eigentlich das potenzial da um raus zu gehen nach hildesheim nach hannover nach minden nach keine ahnung das war hast du hast du ja vollkommen recht wir sind halt durchaus auch sehr faule menschen weil was jetzt so booking und co angeht immer mal wieder hat jemand die idee jetzt mal loszulegen und mal wen anzuschreiben aber irgendwie versiegt das dann doch immer wieder nach der entschuldigung nach der bierlaune des des proben abends im nichts und das können wir wirklich äußerst gut sachen auch nicht machen so ne also wir sind einfach ein bisschen faul hätten sicherlich das potenzial schon lange gehabt einfach mal ein bisschen mehr zu tun ja wer weiß vielleicht kommt das einfach noch mal also die rolling stones stehen auch noch auf der bühne also wir haben echt noch viel zeit ja das stimmt ja um den guten alten running hack rauszuholen zumindest habt ihr keine platte auf bkm records rausgebracht ja ein bisschen abschweifen noch mal szene hameln wie findet ihr die musikszene hameln generell was fehlt der musikszene was würdet ihr euch wünschen was es da gibt oder seid ihr komplett zufrieden findet ihr das alles gut wie es so in hameln ist willst du soll ich du beide ich stecke gar nicht mehr so drin also ich beobachte das schon noch was es so gibt und kommt viel junges nach ich glaube ein bisschen auch viel singer songwriter kram so auch solo interpreten die nachkommen finde ich cool mit hiphop bereich kommt ein bisschen was jetzt wieder finde ich auch gut es fehlt halt an spielstätten und menschen die zu den spielstätten kommen bei also ne spielstätten haben wir eigentlich genug sumpflume regenbogen freiraum k3 macht was ich weiß es gar nicht ob es ob was fehlt vielleicht fehlt ein bisschen mehr netzwerk ich weiß nicht wie es in anderen städten ist ob da so musiker inni mäßig ich meine du weißt dass wir haben das ja auch schon mal probiert vor vielen jahren jochen mit dem stammtisch und hast du nicht gesehen vielleicht fehlt ein bisschen austausch und netzwerk aber was mir immer fehlt in den in den guten spielstätten sind leute die das mit herz machen und die da sozusagen auch mal innovativ neue ideen reinbringen und nicht sozusagen diesen stiefel fahren den sie immer fahren es wird nicht zu ende gedacht die machen die türen auf und sagen so und jetzt muss was passieren genau das ist halt so der punkt also dass es wird zu wenig wenn ich mir manche konzerte halt im regenbogen angucke dann sehe ich da halt irgendwie da könnte ich irgendwie heulen wenn ich da sehe dass da vier bands von aus kiel und wasser geier wo spielen und dann da 30 leute sind so ne das vielleicht halt einfach das muss nicht sein da würde ich mir wünschen dass da wirklich irgendwie im zweifelsfall der flyer fritze mal an start gebracht wird jetzt ohne jetzt eigenwerbung machen zu wollen aber dass da jemand mal irgendwie sozusagen losgeht und dafür solche veranstaltungen auch mal wirbt oder so das fände ich halt cool oder oder wie es damals bei hameln rockt war das war das ein großes festival gemacht wird über zwei tage wo aufgrund der masse der bands allein schon irgendwie weil jeder seine kumpels mitbringt kommen schon viele leute das fand ich halt zum schon immer ganz cool im sumpf dann und so aber das haben sie im sumpf doch jetzt auch wieder mit diesem 44 jährigen auch wieder gemacht oder ich weiß nicht wie viel da jetzt los war ich war ich war nicht da aber auch nicht da weil ich keine zeit hatte ja man ist man ist natürlich selber nicht mehr so viel unterwegs weil man auch familie und so weiter hat klar ich war von grund auf schon nicht so oft der der weggänger weil ich so viel spiele mit drei bands die ich ja habe und ich kann halt sagen aus der erfahrung bei allen ist das thema publikum ein thema also menschen die sich live musik anhören wollen natürlich mit einer cover band ist es noch einfacher und solche sachen wie im papa hemingway die sich etablieren da hat er ja auch hart dran also er zieht es einfach durch jeden donnerstag das finde ich auch gut und da kommen ja unterschiedlichste bands in unterschiedlichen qualitäten und die leute kommen trotzdem das finde ich super das etabliert sich und wenn wir da mit unserer kneipen band spielen dann sind auch viele leute da weil die dann halt vielleicht ein bisschen mehr qualität hat als andere keine ahnung aber zumindest ist die bude dann immer voll und wenn man eigene musik macht ist es halt super schwierig eigene musik ich weiß nicht ob es in hameln ist ob es in deutschland ist ob es die deutschen selber sind eigene musik wird nicht so gewertschätzt wie es eigentlich früher mal war ich glaube früher war das wurde das noch mehr respektiert was man da obwohl ich tatsächlich irgendwie sagen muss warum auch immer es so ist in hameln also wenn man jetzt so tourschnitte das habe ich ganz oft diskutiert freundlich mit meinem lieben herren bruder der mir dann sagt der tourschnitt der band ist das und das das mag gut und gerne sein aber wenn die band nach hameln kommt kommen eben nur die hälfte der leute also keine ahnung sowas wie wie zebra hat als beispiel spielen halt in der sumpfe 450 leute in hannover ist ausverkauft so einfach weil es vielleicht zu wenig leute gibt in hameln oder der punkt ist zum beispiel auch was festivals angeht leute kommen nicht nach hameln die fahren nicht aus hannover nach hameln und da ein konzert anzugucken das glaube ich halt einfach also die leute aus den dörfern drumherum kommen schon nach hameln aber aus einer großstadt fährt keiner nach hameln ist denn es ist halt irgendwie schon sitzt die bräulers würden jetzt hier mal spielen oder sowas ja vielleicht spielen vielleicht fehlt auch sowas dass im sumpf zum beispiel auch mal band wie ja das ist dann schwer zu groß wie selig wollte ich also aber wenn die von außen mal leute ran locken damit man die location kennen lernt ich meine in isan hagen diese blues scheune die war ja immer voll und die ist ja auch wirklich stimmt weit weg und da kommen die leute auch von weit weg letztendlich das ist ja auch nicht gerade eine riesengroßstadt aber die hat sich halt so etabliert und vielleicht ist in hameln sind die sachen dann eventuell nicht so etabliert als coole spielstädte wo man gerne hingeht ich war vor war dieses jahr deswegen bin ich auf selig gekommen in worpswede das ist irgendwo bei bremen der musiker genau total cooler laden bei selig das war ein hammer konzert ist halt auch weit weg aber wenn sich etwas so etabliert dass das dann so ein bisschen als als wohnzimmer konzert von einer coolen band gesehen wird ich kann mich noch erinnern damals jan delay ja das war großartig großartig früher hblocks in der sumpfe das waren hammer konzerte sowas fehlt vielleicht einfach um auch so einen laden wieder ein bisschen zu etablieren muss man sich natürlich auch leisten ist mir ja auch klar das kostet einfach viel geld heutzutage sind die gagen so arschteuer geworden teilweise das war echt bei 500 leuten die da rein dürfen kann man das dann nicht tun und der regenbogen klar das hängt dann sicherlich auch vielleicht am ruf dass da bestimmte hamelner da nicht hingehen weil es der regenbogen das jungen zentrum es ist es ist schwierig die menschen irgendwo hin zu bekommen und also klar wir hoffen dass in bad pyrmont menschen kommen wir wissen es nicht und wir werden zeit sehen also bis jetzt waren die gigs da war immer was los wir wollen uns halt wünschen dass es voll wird ich glaube allein durch diese diese doppelding da kommen dann bestimmt schon leute weil das ist eine gute konstellation das habt ihr gut ausgesucht hätte ich auch so gemacht und weil wir uns wünschen dass es voll wird kann man mal sagen siebten zehnten weiß nicht ob wir das datum schon gesagt haben heute siebten zehnten ach so was kostet das eintritt das kann ja auch noch mal so ein zehner ja perfekt genau über event team leid über event team leid kann man also auch über event team event team leid ist ein bisschen günstiger ja doch da kannst du deine eigene veranstaltung online verkaufen ist ganz cool meldest du einfach an kannst du tickets verkaufen und das geht dann auch ins event team netzwerk mit ein bisschen höheren kosten da haben wir extra die kosten also haben wir unsere unseren eintrittspreis ein bisschen reduziert damit man auch da auf ein zehner kommt da könnt ihr karten kaufen event team leid findet da links bei uns facebook instagram und co oder einfach mal suchen wir event team event team ja leute wisst ihr bescheid okay also das auf jeden fall noch mal zu der release party auf jeden fall alle hingehen und die beiden bands wie auf jeden fall abfeiern kommen wir zur letzten frage die bei mir immer kommt wenn es denn den lieben gott geben würde und ihr hättet die möglichkeit mit irgendjemandem eurer wahl auch jemand den es meinetwegen nicht mehr gibt wie elvis ein bier zu trinken einen coolen abend zu verbringen oder eine session zu machen was auch immer wer wäre es in eurem fall let's happen ganz klar beste band der welt okay boah trend red snow glaube ich nein den schnells okay das war eine wahl bin ich beide fürchterlich aber egal was war deiner was habe ich denn gesagt ich weiß es gar nicht mehr was habe ich gesagt macke weißt du das noch mit backe ich weiß doch ich weiß es wieder prins auch cool ja genau ja danke fürs kommen und ganz viel erfolg bei der release party danke für die einladung und wie gesagt alle leute natürlich auch wenn die cd draußen ist ist noch nicht draußen dann also kommt jetzt die kommt am 7 zehnten wird sie digital released also schön hören 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 ja und ihr dürft auch ein paar die eine single ist draußen schon also man kann jetzt schon bei spotify amazon und co kann man schon break the spell hören kann man auch bei instagram benutzen für reels und so weiter richtig cool wusste ich gar nicht dass das dann geht es wird sich seine eigene musik dann da mal zu hören ja und ganz wichtig kommt einfach nach bad pyrmont am 7 10 in die schlossweinstube 2.0 und habt mit uns eine schöne party kauft t-shirts kauft hoodies nehmt aufkleber mit klebt sie überall hin und danke jochen dass wir kommen durften ja sehr gerne tschüss kauf 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017